Es ist nicht allzu lang her, da haben wir uns von Mega zusammen den Audi R8 in der Polizei-Version aus dem Spiel Need for Speed Hot Pursuit angeschaut. Und da haben wir auch schon den hier auf dem Tisch liegen gehabt und ich habe euch gefragt, ob ihr eben auch die neue Generation, und zwar von Mega, die neuen Audis sehen wollt. Und ihr habt alle gesagt, ja, ihr wollt gern den Audi R8 LMS GT2 sehen und dementsprechend schauen wir ihn uns heute zusammen an. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mit dem Mega Hot Wheels Audi R8 LMS GT2. 73 Teile hat dieses Set und wir haben die Setnummer HKF93. Das Ganze ist natürlich offiziell lizenziert von Audi, hat eine ganz eigene Größe wie schon der Audi R8 in der Polizei-Version, den wir uns angeschaut haben. Und ich denke, uns ist allen klar, wir können wieder viele Formteile, aber auch viele Drucke erwarten. Ich finde ja die Verpackung schon cool gemacht, dass die so ein wenig dieses Hot Wheels Design aufgreift, dass man es dann so aufhängen kann. Und hier oben sehen wir auch noch eine 1 zu 1 Abbildung von dem Fahrzeug, beziehungsweise der Draufsicht des Fahrzeugs. Und so sehen wir schon die komplette Größe, die das Fahrzeug am Ende haben wird. Auf der Rückseite sehen wir dann auch noch andere Fahrzeuge aus dieser Reihe. Diesen Audi habe ich auch gekauft und ihr könnt wie immer gerne sagen, ob ihr den auch gerne sehen wollt oder ob euch das dann erstmal von den kleinen Mega-Fahrzeugen reicht. Ich für mich persönlich wollte aber auf jeden Fall jeden Audi bauen aus der jetzigen Welle. Gekauft habe ich das Set auf Amazon, da war es für einen wirklich ordentlichen Kurs zu haben und da habe ich gedacht, schlage ich zu. Ich verlinke euch das Ganze natürlich auch wieder unten in der Beschreibung, aber bevor wir weiter rumquatschen, würde ich sagen, ich mache das Ganze auf und wir schauen uns zusammen die Teile-Tüten und die Anleitung an. Pluspunkt ist schon mal, man kann die Box zerstörungsfrei öffnen und sie ist auch ganz gut gefüllt. Und innen erwarten wir uns dann die Teile-Tüten. Einmal so eine, warum auch immer so große Teile-Tüte. Mir scheint die etwas überdimensioniert, aber hey, ich möchte es nicht kritisieren. Und wir haben noch eine kleine Teile-Tüte dabei, wo auch die Mega-Figur drin ist, die wir uns natürlich auch zusammen anschauen werden. Über die Steinequalität reden wir aber wie immer während des Baus. Und natürlich finden wir auch noch die Anleitung. Und die Anleitung ist in so einer kleinen Heftform. Wie wir das von Mega gewohnt sind, wird nichts ausgegraut, sondern alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Und was neu gebaut wird, wird mit einer Farbcodierung gezeigt. Die Anleitung hat auf jeden Fall eine ordentliche Papierqualität und wir haben insgesamt 28 Bauschritte auf 26 Seiten verteilt. Und das Ganze würde an sich wirklich hochwertig wirken, wenn sie nicht so zusammengepresst in der Verpackung drin war. Geht größenverhältnismäßig nicht anders, ist aber immer schade, wenn sie so geknickt kommt. Das ist dann dem Verpackungsdesign geschuldet, was ich ja an sich cool finde, dass es eben die Form-Elemente einer Hot Wheels-Verpackung aufschnappt. Hier seht ihr schon die Teile-Liste. Wer sich das Ganze genauer anschauen möchte, kann das Video wie immer gerne anhalten. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen kleinen Snack für zwischendurch. Und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Fahrzeug wieder. Und damit ist auch schon fertig der Audi R8 LMS GT2 von Mega aus der Hot Wheels-Reihe mit der offiziellen Audi-Lizenz. Der Bauspaß ist natürlich super kurz, also wir reden da über 10 Minuten vielleicht. Und zumindest wenn man auf diesen neueren Rennwagen steht, dann finde ich sieht er auch richtig, richtig gut aus. Natürlich sind hier super viele Formteile drin. Ähnlich wie bei Kobi, wir haben das ja auch schon bei dem R8 besprochen. Aber deshalb sieht er eben auch so gut aus. Und was Mega mit diesem Fahrzeug hier auf die Spitze treibt, sind die Drucke. Sehr auffällig, natürlich die Reifen. Sehr cooler Druck meiner Meinung nach. Auch sehr auffällig, vorne das Audi-Logo und die Scheinwerfer. Weniger auffällig ist aber zum Beispiel dieser Druck bei der Frontschürze, der zeigt, wie detailverliebt dieses Set hier ist. Das zeigen aber zwei Drucke bei den Seiteneinlässen noch mehr. Ich meine, wie cool ist es, dass einfach diese Teile auf der ganz dünnen Kante vorn bedruckt sind. Und das sieht eben auch noch gut aus. Weiter geht es dann mit den Drucken der Rückleuchten, dem Audi-Logo und natürlich dem Diffusor. Und noch ein paar schöne Audi-Ringe auf dem Spoiler. Das sieht sehr gut aus. Also Leute, die auf Drucke stehen und auch gerne mit Klemmerstein-Formteilen bauen, die kommen hier natürlich auf ihre Kosten. Leute, die eher puristisch mit Standardsteinen bauen wollen, die auf jeden Fall nicht. Die Steinequalität war megatypisch sehr gut. Es gab aber einen Ausreißer. Und zwar bei so einem eckigen Slope-Form war es sehr schlecht entgratet und dadurch ist eine scharfe Kante entstanden. Und das sollte nicht sein. Vor allem nicht, wenn man so einen Premium-Preis nimmt, wie es bei Mega der Fall ist. Vom Ausziehen sind die Steine durch die Bank weg klasse. Schade ist nur, dass wir doch den ein oder anderen verschiedenen Weißtun bei den Steinen haben. Das altbekannte Problem bei der Farbe Weiß- und Klemmbaustein. Auch schade ist es, dass dieser Druck, den ich vorhin sogar vergessen habe, hier sehr dünn ist und damit dieser Druck leider von den Steinen stark abweicht. Es ist aber auch sehr schwierig, dieses Dunkelgrau hier zu bedrucken. Das sind alles keine riesigen Mängel, aber man muss sagen, bei dem Premium-Preis, den man bei Megasets bezahlt, muss man sowas durchaus mit ansprechen. Also schick ist er auf jeden Fall am Ende im Regal. Aber so ein kleines Fahrzeug kann ja auch durchaus bespielt werden. Logisch, das Ganze kann rollen und es rollt auch sehr gut. Also das ist eines der wenigen Sets, die ich bisher in der Hand hatte, die genauso gut rollen wie Lego Speed Champions. Das ist ein großes Kompliment. Und sonst haben wir bei so einem kleinen Set natürlich keine große Spielfunktion, außer dass wir das Dach abnehmen können. Und können dann die Figur, die dabei ist, reinsetzen oder eben auch rausnehmen. Innen ist sehr spärlich eingerichtet, auch der Setgröße geschuldet. Das Lenkradteil finde ich sieht cool aus und auch dem Scheibenteil sieht man an, dass es speziell für dieses Set entwickelt wurde. Es hat sich aber etwas störrisch verbauen lassen. Und ein wenig schade finde ich es immer, wenn man bei den Fahrzeugen unten durchschauen kann, weil hier diese Löcher dabei sind. Das könnte man durchaus zumachen oder versuchen mit einem Sitz zu kaschieren. Und dann haben wir natürlich noch die Figur. Es ist eine Figur von Mega und da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Die einen finden sie abgrundtief hässlich, die anderen finden sie okay. Ich finde, es sind nicht unbedingt die schönsten Figuren. Sie gehen halt sehr in die Richtung Actionfigur. Die Drucke sind aber zweifellos schön. Schade ist aber nur, die Brust ist bedruckt und der Rücken sehr spartanisch. Alle anderen Teile der Figur sind nicht bedruckt. Bei dem Helm bzw. Kopfteil finde ich schade, dass man eben nur diesen Helm als Kopfteil hat und nichts anderes, also keine Frisur oder ein Gesicht. Deshalb kann man die Figur wirklich nur so nutzen, wie sie jetzt hier aussieht. Also kann man zusammengefasst sagen, das Ganze sieht am Ende sehr schick aus. Wir haben eine gute Steinequalität mit einem Ausrutscher, der aber wahrscheinlich auch wirklich nur ein Ausrutscher war und nicht in jedem Set so aussieht. Wir haben sehr viele Formteile. Das kann man mögen, muss man aber nicht mögen. Man weiß eben vorher, was man kauft. Die Figur ist meiner Meinung nach ausbaufähig, aber auch megatypisch ist dasselbe. Wenn man Mega kauft, dann weiß man schon ungefähr, wie die Megafiguren aussehen. Ich hatte auf jeden Fall wieder meinen Spaß mit dem Set. Als einziges Manko steht hier wieder der Preis im Raum. Das Set bekommt man für um die 15 Euro bei Amazon. Man kann es aber auch teurer kaufen, wenn man Pech hat. Und dann ist die Frage, ist es das am Ende wert? Aber das ist bei vielen Megasachen die Frage, bei denen die Preise doch oftmals sehr in die Premiumrichtung gehen, was nicht unbedingt sein muss. Man muss hier aber eben auch festhalten, dass hier super viele Teile nur für dieses Set produziert wurden und sehr viele schöne Prints dabei sind. Und das kostet alles Geld. Und dementsprechend gibt es von mir auch für dieses Set eine Kaufempfehlung. Denn das ist nicht reine Preistreiberei, wie es andere Hersteller momentan betreiben, sondern hier steckt etwas dahinter, wo man dann einen gewissen Gegenwert sieht und Liebe, die in dieses Set reingesteckt wurde. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt wie immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.